Ja, hallo und guten Tag. Ich möchte Sie recht herzlich zu unserer Veranstaltung Antifeministische Narrative erkennen und verstehen begrüßen. Ich bin Henning von Bargen, Pronomen eher ihm, und leite zusammen mit meiner Kollegin Ines Kappert das Gunder-Werner-Institut für Feministische und Geschlechterdemokratie hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Besonders begrüßen möchte ich unseren Referenten Andreas Kemper, Soziologe und Autor aus Münster. Er hat viel zur AfD und zur Sprache der AfD publiziert. Seine Publikationen wurden zum Beispiel auch jüngst im Prozess gegen Björn Höcke verwendet. Dazu gleich noch mehr. Ebenso begrüßen möchte ich die DGS-Dolmetscherinnen Lisa von Fürstenberg und Magdalena Meysen. Vielen Dank auch an dieser Stelle schon mal für ihre Unterstützung. Die Veranstaltung heute ist Teil des Verbundprojektes Antifeminismus begegnen, Demokratie stärken, welches vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben gefördert wird. Worum geht es heute? Sie kennen das alle. Hassbeleidigungen, Abwertungen, Hetze, Lügen, Verschwörungserzählungen und Gewalt greifen vor allen Dingen in den sozialen Medien, aber auch vermehrt im analogen Leben um sich. Wir alle erinnern uns an die Videos von Sylt und was da in Folge noch kam. Zum Teil sind diese Angriffe organisiert und politisch motiviert. Antifeministische Gruppen und Strömungen verwenden bei ihren Angriffen auf Andersdenkende, politisch engagierte Personen, FeministInnen oder auch gesellschaftliche Minderheitengruppen bestimmte Erzählungen und sogenannte Narrative und Signalwörter. Und die können beispielsweise Genderwahn, Frühsexualisierung, Homolobby oder natürliche Geschlechterordnung sein. Sie kennen das sicherlich. Und diese Erzählungen beeinflussen ganz massiv den gesamtgesellschaftlichen Diskurs und verschiedene Diskurse und verschieben das politische Klima nach rechts. Wer sich schon mal mit der Leipziger Autoritarismusstudie beschäftigt hat, weiß auch schon, dass Antifeminismus eine wichtige Grundlage rechter Mobilisierungsstrategien darstellt. Antifeminismus fungiert als antimoderne Brückenideologie in rechtskonservative Rechte Teile der Gesellschaft hinein. Und deshalb ist es für zivilgesellschaftliche und politische AkteurInnen wichtig, im Blick zu behalten, welche antifeministischen Narrative bei den beobachteten Normalisierungsprozessen und Diskursverschiebungen eine Rolle spielen und welche Ideologien dahinter stecken und wie sie miteinander verknüpft sind. Wir haben daher in unserem Projekt im März das E-Paper Antifeministische Narrative, ein Diskursatlas veröffentlicht, das von unserem heutigen Referenten Andreas Kemper verfasst wurde. Dieses E-Paper beschreibt 26 Erzählungen, die sehr häufig vorkommen, ordnet sie ein und beschreibt auch die Herkunft und Hintergründe. Zudem verdeutlicht es mit Beispielzitaten, in welcher Form die Narrative von antifeministischen AkteurInnen verwendet werden. Heute stellt Andreas Kemper beispielhaft einige Erzählungen vor, beschreibt auch die Herkunft und Hintergründe und ordnet sie ein. In dem an den Vortrag anschließenden Gespräch gibt es die Möglichkeit, Fragen und Gedanken zu besprechen, die Sie einbringen können als Teilnehmende und zu diskutieren. Der Vortrag wird circa 45 Minuten dauern, aber hoffentlich doch so kurzweilig sein, dass Sie gut folgen können. Sie können dann in diesem anschließenden Gespräch Ihre Fragen einbringen, zum einen über das Fragen- und Antwort-Tool. Sie finden im Menü meistens unten F und A ist das gekennzeichnet. Dort können Sie Ihre Fragen einstellen und wir nehmen sie dann mit hier auf. Sie können aber auch, und das fänden wir viel besser, einen Wortbeitrag einbringen und dann, wenn Sie das möchten, dann melden Sie sich bitte mit der Handheben-Funktion. Entweder erscheint die direkt auf Ihrem Bildschirm oder unter dem Menüpunkt Reaktionen. Und wenn Sie die Hand heben, dann sehen wir das und dann können wir Sie mit Bild und Ton auf die Bühne hier holen. Sollten Sie technische Probleme oder Hinweise an uns haben, dann können Sie dazu den Chat nutzen und auch unseren technischen Support und auch die Gebärdendolmetschenden direkt kontaktieren. Aber bitte nutzen Sie den Chat nicht für Fragen. Da konzentrieren wir uns nur auf das Fragen- und Antwort-Tool. Wir möchten noch darauf hinweisen und darum bitten, dass alle Teilnehmenden bei Wortbeiträgen oder auch im Chat beziehungsweise im Fragen- und Antwort-Tool respektvoll und diskriminierungssensibel miteinander umgehen und die Etikette einhalten. Und ganz wichtig, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Nachgang zu Dokumentationszwecken als Video online gestellt. Und mit Ihrer Anmeldung und Teilnahme haben Sie sich bereit erklärt, dass wir diese Aufnahmen veröffentlichen dürfen. Es ist nicht gestattet, während der Veranstaltung selber Video, Ton- oder Bildaufnahmen anzufertigen. Ja, soweit dazu. Sie sehen, die Veranstaltung wird in deutscher Gebärdensprache übersetzt und diese können sich die ganze Zeit anzeigen lassen. Zum Schluss noch einen kleinen Hinweis. Wir werden auf eine Umfrage und Evaluation im Anschluss an diese Veranstaltung. Wir werden nämlich momentan im Rahmen dieses Projektes durch das unabhängige Forschungsinstitut Camino evaluiert. Und sehr gerne möchte Camino und wir natürlich auch in Erfahrung bringen, wie Sie die Veranstaltung heute erlebt haben. Daher bitten wir darum, einen Fragebogen auszuwüllen und erlauben uns im Nachgang zu der Veranstaltung per E-Mail, um die Beantwortung der anonymen Umfrage zu bitten. Ziel der Befragung ist es, Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Bildungsangebote im Rahmen dieses Projektes und zur Einschätzung von Handlungsbedarfen, zur Prävention und Bekämpfung von Antifeminismus zu gewinnen. Wir sind Ihnen daher sehr dankbar für Teilnahme an der Befragung. Bevor ich nun an Andreas Kemper übergebe für seinen Vortrag, möchte ich noch mich bedanken bei allen, die uns bei der Organisation der Veranstaltung unterstützt haben, von der Technik, von unserem Tagungsbüro, meine KollegInnen im Gunda-Werner-Institut, Tini Leonard und Sandra Ho, die auch heute den Chat betreuen. Ohne all die KollegInnen würden wir die Veranstaltung wie diese gar nicht realisieren können. Von daher vielen, vielen Dank an dieser Stelle. So, und nun übergebe ich dann gerne an Andreas Kemper für seinen Vortrag. Und wie gesagt, Sie können auch schon während des Vortrages in dem Fragen-und-Antwort-Tool schon Fragen hinterlegen. Wir gehen dann im Anschluss an den Vortrag darauf ein. Ja, danke für die Einladung. Genau, ich habe eine Präsentation, die ich vorstellen möchte. Muss ich eben hochladen. Ja. Ja, also ich werde heute eingehen auf antifeministische Narrative und fange direkt an. Wir haben das ja veröffentlicht in einem E-Paper. Da ist gerade schon drauf eingegangen worden. Und es geht um diese 26 verschiedenen Narrative. Die haben sich herausgeschält in der Arbeit. Also die waren nicht von Anfang an da, sondern wir haben sie quasi herausgeschält aus einer dreistelligen Zahl von antifeministischen Äußerungen. Und die kehrten halt immer wieder. Das sind einer alphabetischen Reihenfolge, Dekadenz, demografische Katastrophe, Elternrecht statt Kinderrechte, Frühsexualisierung, Genderideologie, Genderwahn, Gutmenschen, Homolobby, Indoktrination von Kindern, Kanzler der Nation, Komplementarität der Geschlechter, Kulturmarxismus, lautstarke Minderheiten, Lebensschutz, Meinungsdiktatur, natürliche Geschlechterordnung bzw. Naturrecht, Neusprech, Niedergang der Nation, Parental Alienation Syndrom, Elternkinderentfremdung, Political Correctness, Sprachpolizei, Totalitarismus, traditionelle Familie, Umerziehung und Volkstod. Das ist quasi eine Momentaufnahme. Das heißt, diese verschiedenen Narrative, die verändern sich auch im Laufe der Zeit. Es kommen neue dazu. Einige bewähren sich auch nicht. Wir hatten schon mal andere Narrative. Die haben wir dann verworfen, weil die vielleicht nur in einigen Monaten wichtig waren, aber dann keine Rolle mehr gespielt haben. Aber diese 26 sind aktuell diejenigen, die wir herausgearbeitet haben. Und um die wird es jetzt gehen. Ich werde jetzt natürlich, da reicht die Zeit nicht dafür aus, die jetzt alle vorzustellen. Dafür ist ja auch die Broschüre da, um sich die genauer anzuschauen. Ich werde jetzt halt kurz darstellen, wie wir auf diese Narrative gekommen sind, wie wir die herausgearbeitet haben und was das mit Antifeminismus zu tun hat und wie dann auch die Verbindungen sind zu den AkteurInnen und zu den Netzwerken. Weil diese Zitate sprechen sich ja nicht von selbst. Es stehen tatsächlich auch immer Menschen dahinter, die diese Narrative äußern. Und diese Menschen sind dann gleichzeitig noch vernetzt in verschiedenen antifeministischen Netzwerken. Genau. Und sie haben noch, dahinter stecken dann auch verschiedene Ideologien, verschiedene Strömungen. Und wir konnten dann auch mit dem Clustern, also mit dem Zusammenbringen der verschiedenen Narrative herausarbeiten, welche ideologischen Cluster es dort gibt. Und dahinter steckt die Idee, dass eben ein antifeministisches Narrativ selten alleine kommt, sondern diese verschiedenen Narrative sind miteinander verkettet. Also wer dann häufiger von Frühsexualisierung spricht, der spricht dann auch schnell von Elternrecht statt Kinderrechte und von Dekadenz und so weiter. Also das heißt, diese verschiedenen Narrative hängen auch zusammen. Die finden sich in bestimmten Äußerungen, finden sich halt bestimmte Narrative häufiger als in anderen Äußerungen. Und dann kann man halt sehen, wie die zusammenhängen. Und dann kann man wiederum aus den Hintergründen der AkteurInnen, die diese Narrative ausgesprochen haben und wo dann auch klar ist, zu welchen Strömungen, Netzwerken sie gehören, kann man dann eben auch sehen, welche Netzwerke, welche Strömungen stehen eigentlich dahinter. Gut, ja, wie haben wir angefangen? Der Anfang war, wir haben geschaut, dass es verschiedene Themen gibt. Also wir sind von bestimmten Themen ausgegangen, wo uns immer wieder Antifeminismus aufgefallen ist. Also das war sehr quasi aus dem Bauch heraus, aus unseren Lebenserfahrungen. Bevölkerungssexualität, Geschlecht, Familiebildung, Arbeit, Gleichstellung, Gewalt. Auch das hat sich dann im Laufe der Zeit nochmal ein bisschen bestätigt. Dass das auch ganz gute Diskurstthemen sind, von denen wir dann ausgegangen sind. Und am Beispiel vom Diskurstthema Bevölkerung kann ich zeigen, wie wir vorgegangen sind. Tatsächlich war Bevölkerung auch eines der ersten Themen, die wir ausgewählt haben, weil wir von Antifeministen ausgegangen sind, die auch allgemein als antifeministisch gelten. Adolf Hitler zum Beispiel, Adolf Hitler, da wird jeder sagen, okay, das ist jetzt kein Feminist gewesen, sondern da gibt es ganz klare Zuschreibungen von Männern und Frauen und soldatische Männlichkeit und Mutterorden und was weiß ich, was da alles dazugehört. Das war klar, deutlich antifeministisch. Oder auch Björn Höcke zum Beispiel, der auch mit seinen Äußerungen sehr klar und sehr deutlich antifeministisch auftritt. Also da gibt es kein Fortun, der ist einfach Antifeminist. Und von dem haben wir dann halt Äußerungen genommen, die auch sehr klar antifeministisch sind. Und das kann ich hier zeigen. Genau. In der blauen Narzisse, auch einem rechten Blatt, ich weiß gar nicht, ob es sie überhaupt noch gibt, da hat er 2014 den Satz von sich gegeben, Thüringen befindet sich mitten in einer demografischen Katastrophe, um dieser fürchterlichen Entwicklung Einhalt zu gebieten, proklamieren wir im Gegensatz zu allen anderen etablierten Parteien ein klares Ja zur klassischen Familie und zum Kind. Jeder weiteren Auflösung dieser Keimzelle unseres Volkes treten wir energisch entgegen. Dem Konzept des sogenannten Gender Mainstreaming, einem Sonntagskind der Dekadenz, das auf die Auflösung der natürlichen Geschlechterordnung abzielt, haben wir den Kampf angesagt. Also ein sehr deutlich klares antifeministisches Statement. So, und da kann man jetzt bestimmte Narrative herausarbeiten. Ob das wirklich tragfähige Narrative sind, das hat sich dann später gezeigt, als wir dann halt andere Zitate untersucht haben, die ganz ähnliche Begrifflichkeiten haben oder auch nicht. Wenn dann halt ein Narrativ dabei war, was dann sonst nie wieder vorkam, dann haben wir das verworfen. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel demografische Katastrophe. Demografische Katastrophe ist ein Narrativ, was immer wieder vorkommt. Dann die klassische Familie, das ist dann ein Narrativ. Das hat dann manchmal auch andere Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel traditionelle Familie, natürliche Familie, klassische Familie. Das löst sich dann ab, aber da ist ungefähr das Gleiche mit gemeint. Das ist diese Familie von, sogenannte Familie von Vater, Mutter, Kind, drei Kinder, Vater, Mutter. Eine klassische Familie. Dann Keimzelle unseres Volkes. Auch da gibt es dann Varianten. Keimzelle unserer Nation zum Beispiel. Gender Mainstreaming. Da ist sehr oft dann eben auch Genderideologie mit gemeint. Also dieses Gender Mainstreaming ist ein Kofferwort. Sehr oft wurde das dann später dann mit Genderideologie bezeichnet, übersetzt. Und Genderideologie ist tatsächlich der zentrale, das zentrale Narrativ des Antifeminismus. Das kommt am häufigsten vor. Dekadenz, ebenfalls ein wichtiger Begriff, Dekadenz. Manchmal auch Degeneration oder es gibt es da noch Verfall. Auch so ein typischer Begriff. Und natürliche Geschlechterordnung. Auch das ist halt ein sehr zentraler Begriff. Und dann haben wir halt diese herausgeschält, demografische Katastrophe, traditionelle Familie, Keimzelle der Nation, Dekadenz, Genderideologie, natürliche Geschlechterordnung. Haben uns dann weitere Zitate angeschaut. Zum Beispiel Gabriele Kobi, auch eine sehr, sehr klar, eine katholische Antifeministin. Hat in Katnett, einem Internetauftritt aus Österreich, auch klar antifeministisch, zum Widerstand gegen eine Broschüre des österreichischen Unterrichtsministeriums aufgerufen. Und auch dort finden sich dann entsprechende Narrative. Dann ist da Frühsexualisierung, sexuelle Normen, Monogabebeziehung von Mann und Frau. Um zu konditionieren, da wird dann heute eher von Umerziehung gesprochen. Natürliche Empfindung der Kinder. Wo wir dann sehen konnten, okay, es gibt halt Komplementarität der Geschlechter. Auch ein sehr wichtiges Narrativ. Natürliche Geschlechterordnung hatten wir schon bei Björn Höcke und Umerziehung. Oder ein weiteres Beispiel, Demo für alle, auch klar antifeministisch. Da geht es dann auch wieder um Umerziehungsversuche, um bestimmte Lobbygruppen, die sogenannte Homo-Lobby und heute auch die Trans-Lobby. Dann Genderideologie, natürliche Geschlechter, also auch da wieder die natürliche Geschlechterordnung und Genderideologie. Das sind Sexualisierung der Kinder, auch da der Begriff Frühsexualisierung, wie auch bei Gabel Glukubi. Das konnten wir dann halt herausarbeiten. Der Begriff Gender-Geschlechterideologie, hatte ich gerade gesagt, das war dann der Begriff, der am häufigsten vorgekommen ist. Wir haben dann diese Zitate quasi untereinander gebaut. Und beim Narrativ Geschlechterideologie haben wir halt geschaut, wo kommt das eigentlich her? Die Geschichte von diesem Narrativ, die Bedeutung, die Veränderung und haben dann geschaut, wo kommt das überall vor? So Marburger Erklärung bei der NPD, bei Neonazis, aber auch in der Männerrechtsbewegung. Insgesamt hatten wir alleine bei Geschlechterideologie mehrere, also eine dreistellige Zahl von Zitaten gesammelt. Und jedes Mal, wenn wir ein Zitat hatten, hatten wir dann eben die Narrative herausgearbeitet. Und dann konnte man sehen, diese blauen, traditionelle Familie, Dekadenz, Totalitarismus, Homolobby, demografische Katastrophe, Keimzellination, die haben sich quasi als Narrative bewährt. Die sind immer wiedergekommen, während hier bei den Roten, homosexuelle Promiskuität, das ist dann halt seltener. Wobei das auch ein bisschen tricky ist, weil es ist manchmal schwierig, die Narrative zuzuordnen. Hier zum Beispiel Kinder brauchen Vater und Mutter. Das habe ich getrennt gehabt von Parental Alienation Syndrom, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Und das ist vielleicht ein Fehler. Da muss man gucken, wie macht man das richtig, wie baut man das richtig ein, weil Parental Alienation Syndrom besagt, dass wenn Kinder ohne Vater und Mutter aufwachsen, entweder keinen Vater haben oder keine Mutter haben, dann erkranken die. Das ist so ungefähr die Kernaussage, diese Kinder-Eltern-Entfremdung von einem der Elternteile führt zu einer Erkrankung. Und dass ja letztlich dann auch dieses Narrativ Kinder brauchen Vater und Mutter ist ja quasi ein ganz ähnliches Narrativ. Das ist die Frage, ob man das dann zusammenführt. Also das sind so die Schwierigkeiten bei diesem Vorgehen. Gut. Ja, und bei dem Narrativ Gender-Ideologie konnten wir dann sehen, wie oft andere Narrative in Zitaten vorkamen, die auch im Zusammenhang mit Gender-Ideologie vorkamen. Zum Beispiel Dekadenz, da haben wir zehn Äußerungen gehabt, zehn Zitate gehabt, wo dann jemand von Gender-Ideologie gesprochen hat und dem gleichen Text, im gleichen Zitat dann auch von Dekadenz gesprochen hat. Oder dann siebenmal von demografischer Katastrophe gesprochen hat, 26 Mal von Frühsexualisierung, 20 Mal von Gender-Wahn und so weiter. Da hat man auch noch schon gesehen, okay, einige kommen häufiger vor, andere seltener und bestimmte Narrative gehören einfach zusammen. Die werden sehr oft miteinander zusammen besprochen. zugrunde liegt dem ganzen Diskurstheorie natürlich von Michel Foucault, aber im Speziellen auch die Diskurskoalitionstheorie von Martin Heyer, einem Niederländer. Der sagt, dass diese Narrative nicht einfach nur Narrative sind, also Erzählungen, sondern er spricht dann auch von Emblemen. Ein Emblem ist quasi eine Art Abzeichen und die Begrifflichkeiten, diese Narrative werden dann nicht nur benutzt, um halt zu argumentieren, sondern die werden auch benutzt, um sich damit zu zeigen. Ein Beispiel aus der emanzipatorischen Szene wäre dann zum Beispiel das Gendersternchen. Das ist halt klar, wenn ich halt einen Genderstern benutze, dann möchte ich ja nicht nur so einen binären Ausschluss vermeiden. Das ist natürlich auch ganz zentral. Aber ich kennzeichne mich selber ja auch. Wenn ich halt ein Gendersternchen benutze, dann kennzeichne ich mich als jemand, der den Queerfeminismus in irgendeiner Weise gut findet oder akzeptiert. Also Sprache ist gleichzeitig auch ein Emblem. Das ist nicht nur ein Argument, nicht nur ein Symbol, sondern ganz zentral auch ein Emblem. Es hat nicht nur eine Bedeutung, sondern auch eine Kennzeichnung. Also Martin Haier spricht ja von Emblemen. Und diese Narrative werden halt ausgesprochen von AkteurInnen. Und bei diesen Narrativen kann man dann eben auch Narrativverkettungen feststellen. Und bei den AkteurInnen kann man dann entsprechend quasi auch Netzwerke feststellen. Das heißt, wir kommen von diesen Narrativverkettungen dann zu Netzwerken oder zu ideologischen Strömungen. Damit kann man arbeiten. Überall die Akteure und die Narrative finden wir dort dann auch zu Ideologen, zu ideologischen Strömungen oder zu bestimmten Netzwerken. Gut, das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Wir haben dann hier diese ganzen Narrative. Und die Narrative und diese lilanen Striche, diese Linien, zeigen auf, wie die miteinander, welches Narrativ mit welchem Narrativ verbunden ist. Frühsexualisierung zum Beispiel ist mit Keimsel in der Nation verbunden. Frühsexualisierung wird sehr häufig benutzt. Genderideologie wird sehr häufig benutzt. Seltener werden Volkstod benutzt. Bei Volkstod sieht man dann. Volkstod wird in einem Zusammenhang benutzt mit Lebensschutz, mit Niedergang der Nation, mit Homolobby, mit Dekadenz, mit demografischer Katastrophe. Eine entsprechend dann natürliche Geschlechterordnung mit Genderideologie, Komplementarität der Geschlechter, Totalitarismus und so weiter. So, und daraus lassen sich dann auch Cluster bilden. Ich habe das jetzt hier nochmal, das ist jetzt nochmal konkret für die Broschüre, auch in den Farben der Heinrich-Böll-Stiftung, nochmal wiedergegeben. Das ist quasi das Gleiche. Und da lassen sich bestimmte Sachen clustern. Das habe ich zum Programm, ich habe einfach so ein Programm darüber laufen lassen. Dieses Programm hat das geclustert. Also ich habe das nicht selber zusammengestellt, sondern das ist so eine Clusterung von so einem Programm. Und da sieht man dann hier, okay, es geht hier irgendwie um Kulturmarxismus. Es sind bestimmte Begrifflichkeiten, die da immer wieder vorkommen und wo in der Mitte so der Begriff Kulturmarxismus steht. Und das sind Begriffe wie Political Correctness, Genderwahn, Neusprech, Rotgrün, Versift, Sprachpolizei, Gutmenschen. Und was hier schon auffällt, ist, dass bestimmte Begrifflichkeiten hier am Rand, wie Meinungsdiktatur, Totalitarismus, Political Correctness, Lautstarke Minderheiten, Gutmenschen, Sprachpolizei, Rotgrün, Versift, Neusprech und auch Kulturmarxismus, die haben eigentlich gar nichts direkt mit Gender zu tun. Das sind halt Narrative, die finden sich auch in einem rassistischen Sprache. Auch da ist dann, auch die sprechen dann halt, wenn sie Antirassismus abwehren wollen, sprechen die auch von Meinungsdiktatur. Also auch gerade jetzt so Meinungsdiktatur bei Alles für Deutschland. Man darf nicht mehr Alles für Deutschland sagen, wir haben eine Meinungsdiktatur. Das hat jetzt nichts direkt mit Genderideologie zu tun. Sondern das ist, das gibt es quasi auch in anderen Bereichen, auch Gutmenschen, Sprachpolizei. Das ist quasi da neutral. Und ich habe diese Gruppierung zum neoliberalen Spektrum zugeordnet. Die quasi sagen, das stört alles den Markt. Wir brauchen keine Antidiskriminierungspolitik. Das sind ja, also mit diesem Begrifflichkeit, Political Correctness oder Vogue, würde man heute aussagen. Vogue wäre wahrscheinlich auch hier drin. Die sind ja, die behindern quasi einen Sprachfluss, die behindern, wenn es um Antidiskriminierungsmaßnahmen geht, behindern sie ein Unternehmertum und das Unternehmertum und so weiter. Das wäre ein Cluster. Ein weiteres Cluster wäre das Cluster, wo dann Volkstod ganz am Rand steht. Das wäre das völkische Cluster, das Cluster Volkstod. Das wäre dann halt völkisch-faschistisch. Und auch da ist dann klar, Volkstod ist halt sehr klar verknüpft mit demografischer Katastrophe, Niedergang der Nation. Aber auch mit Frühsexualisierung, Umerziehung, Kanzler der Nation geht dann auch in Richtung traditionelle Familie, Dekadenz, Genderwahn. So, noch ein weiteres Cluster wäre hier oben. Das ist das Cluster natürliche Geschlechterordnung. Das ist hier im Mittelpunkt. Sehr nah dran an Genderideologie und da sieht man auch schon, das ist halt ein Cluster, was ganz zentral die Geschlechterpolitik im Mittelpunkt hat. Während Volkstod eigentlich ja auch eher so ein rassistisches Ding ist und während Kulturmarxismus sich auch um Klassenfragen dreht, ist halt natürliche Geschlechterordnung, ganz klar allein schon durch den Begriff Geschlechter, ein Diskurs, wo es ganz zentral um Geschlechterpolitik geht. Und gerade auch mit Lebensschutz, traditionelle Familie, Kanzler der Nation, da sieht man, dass die sogenannte Lebensschutzbewegung, die Anti-Choice-Bewegung, da auch eine große Rolle spielt. Und das würde ich dann in dieser religiös-fundamentalistischen Szene zuordnen. Also da kommt es sehr häufig vor. Gut, wo das dann nicht so gut geklappt hat, das ist dann das PAS, das ist Parental Alienation Syndrom. Da sieht man, das ist sehr klein. Ich hatte eigentlich gedacht, das kommt häufiger vor, aber das verbindet sich auch nicht so gut, verbindet sich relativ schlecht mit den anderen, mit den anderen Narrativen. Das kann auch, da kann auch ein leichter Fehler zugrunde liegen, das hatte ich ja gerade gesagt. Wir hatten auch dieses Narrativ, Kinder brauchen Väter und Mütter. Wenn man das damit reinnehmen würde, dann würde es ein bisschen größer werden und hätte auch mehr Verbindungen noch. Aber es wäre trotzdem, es hätte dann trotzdem nur, wir hätten ja trotzdem nur acht Zitate insgesamt, die sich dann halt verbinden mit anderen antifeministischen Narrativen. Das ist aber auch ein Ergebnis, weil wir hatten ja vorher schon mal eine Broschüre gemacht, die herausgearbeitet hat, dass diese väterrechtliche Bewegung, also Männerrechtsbewegung, Väterrechtler, dass sie sehr stark als Strategie die Mimikrie, also mit Mimikrie arbeiten, also mit Tarnung und Täuschung. Es gibt in Nürnberg immer wieder diesen deutschen Genderkongress und allein schon der Name deutsche Genderkongress, da beziehen sie sich ja positiv auf Gender und machen dann allerdings einen antifeministischen Kongress unter dem Schlagwort Genderkongress. Und das zeigt, sprachlich passt das nicht, weil sie sich eben, weil sie sich quasi davon absetzen. Wenn man aber hinter die Kulissen schaut, dann sieht man, dass man dort dann tatsächlich auch Leute hat von Demo für alle und so weiter, die ganz genau hier reinpassen in die Gender, ins Narrativ der Genderideologie. Und also das würde ich, da würde ich sagen, okay, die arbeiten anders als mit Sprache, die arbeiten mit Mimikrie. Gut, also bleiben halt bei diesen zumindest halt neoliberal, religiös-fundamentalistischen, völkisch-faschistischen Gruppierungen. Mit neoliberal meine ich dann auch Leute wie zum Beispiel Millay, Millay aus Argentinien oder in Deutschland wären das so Leute wie Markus Krall. Also nicht nur neoliberal, also nicht nur neoliberal, sondern noch sehr viel krasser. Also Millay will ja noch sehr viel stärker den Staat abschaffen als Neoliberale das wollen. Und hat auch direkt den Schwangerschaftsabbruch verboten und Gendersprache verboten. Gut, ja, jetzt kommen wir zu Beispielen, also beim Beispiel der Völkischen Diskurskoalition. Da hoffe ich, dass es klappt. Ich habe jetzt einen Videobeitrag. Ich hoffe, dass mein Computer das mitmacht, mit, werden wir ja gleich sehen. Und zwar habe ich da ein Beispiel, ein aktuelles Beispiel von Maximilian Krah, der erzählt hat, was rechte Männer und was rechte Frauen sind. Ich hoffe, das klappt. Probieren wir mal aus. Es sind ja nicht nur echte Männer rechts. Wie ist das denn mit den Frauen? Es sind auch echte Frauen rechts. Warum? Weil jede echte Geschlechtlichkeit rechts ist. Die Spannung der Geschlechter besteht in der Gegensätzlichkeit, in der Komplementarität. Wir ergänzen uns. Wir schätzen, dass Frauen intuitiv agieren, dass sie Gefühl haben, dass sie empathisch sind, dass sie da, wo Männer sich in reiner rationaler Argumentation verlieren, dass sie mit ihrer Empathie und ihrem Intuitiven hereingehen, dass sie da uns bremsen und besser machen. Zum Frausein gehört ganz zentral als ein Bestandteil die Mutterschaft. Und das wird jetzt zerstört. Wenn man natürlich Frauen sagt, sie sollen nächstes Jahr Männer werden und wieder zurückgehen, wenn man jede Weiblichkeit kleinredet, dann gibt's auch keine Kinder mehr. Deswegen sterben wir ja Schritt für Schritt aus. Und dann kommen dieselben Typen und sagen, dann holen wir uns doch Menschen aus Afrika und dem Nahen Osten rein. Es gibt zwei Geschlechter und die sollen richtige Geschlechter sein. Echte Frauen sind rechts, echte Männer sind rechts, echte Familien sind rechts. Man wird nur glücklich, wenn man in Übereinstimmung mit seiner Natur lebt und seine Natur ist eben auch seine Geschlechtlichkeit, in die wollen wir reinrücken. Ich lebe als das, was ich bin, Kind meiner Eltern, als Mann, als Deutscher, das sind natürliche Zuschreibungen. Genau, soviel zu Maximilian Krah. Wenn man sich jetzt anschaut, wie diese Narrative, die er von sich gegeben hat, wie die halt schon, wie alt die eigentlich sind, dann kann man als ein Beispiel eine historische Person nehmen, die ich gerade schon mal erwähnt hatte, wo wir auch den Diskursabschluss mit begonnen hatten, nämlich Adolf Hitler aus, ähm, ähm, na? Ah, jetzt ist sie wieder da. Genau, Adolf Hitler, ähm, der hatte 1934 eine Rede an die deutschen Frauen gehalten. Und die, ähm, die Narrative, die Maximilian Krah genannt hat, die finden sich quasi eins zu eins auch bei Adolf Hitler in seiner, ähm, historischen Rede an die deutschen Frauen. Ne, er spricht von den Instinkten der Frau, die halt den klügelnden Verstand, äh, quasi erdet, ne? Dann, ähm, äh, ergänzen sich Männer und Frauen, äh, Komplementarität der Geschlechter. Äh, er spricht davon, dass jede Frau, ähm, oder jedes Kind, das die Frau zur Welt bringt, ist eine Schlacht, die sie besteht für das Sein oder Nichtsein ihres Volkes. Ähm, ähm, äh, er spricht davon, dass, ähm, Männer und Frauen, äh, von Gott zusammengefügt wurde, also Natur, die ist von der Natur aus, ne? Und, ähm, genau, das sind halt die Narrative, weibliche Intuition, Komplementarität der Geschlechter. Hier vielleicht noch Gebärpflicht, vielleicht ist Gebärpflicht für der Frauen auch nochmal ein Narrativ, was in nächster Zeit, ähm, wichtiger werden könnte. Volkstod, natürliche Geschlechterordnung und ganz ähnlich fand sich das dann auch alles sehr komprimiert bei Maximilian Krah. Ne, da zeigt, da kann man halt zeigen, wie halt im völkischen Diskurs bestimmte Narrative, ähm, zusammenhängen und wie die, ähm, auch immer wieder kommen. Ähm, auch 80 Jahre später. Ähm, ein anderes Narrativ ist Umerziehung und da kann man sehen, dass auch von verschiedenen, ähm, von verschiedenen Ideologien, ähm, dass es da auch Diskurskoalitionen gibt, am Beispiel der Umerziehung. Und zwar hat, ähm, bei der, ähm, Konversionstherapie, ähm, war im 19. Jahrhundert Albert von Schrenk-Notzing sehr wichtig, also neben Kraft Ebeling war Schrenk-Notzing noch krasser eigentlich. Also Foucault hat ja über diese Einpflanzung von Perversionen, ähm, in Sexualität und Wahrheit hat ja, ähm, auch viel dazu geschrieben. Aber Schrenk-Notzing ist eigentlich derjenige, der am krassesten diese, ähm, diese Homo-Heilung, in Anführungszeichen, aus, äh, völkischen Gründen, ähm, ja, betrieben hat. Und, ähm, er selber auch, äh, Psychologe, wäre später dann auch Geistheiler. Ja, und hat dann, da hat er erzählt, wir müssen umerziehen. Ja, er war so quasi, er hat die Position vertreten, wir müssen diese, ähm, schwulen Männer umerziehen. Ähm, sein Enkel, Kaspar von Schrenk-Notzing hat nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, auch den Begriff Umerziehung aufgenommen, aber dann als Kampfbegriff genommen, äh, wo die US-Amerikaner, der Kulturmarxismus, ähm, die Deutschen umerziehen wollten, ne, und hat quasi gesagt, wir werden umerzogen. Da war Umerziehung plötzlich ein, äh, Narrativ. Und der hat dann später, ähm, die Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung mit aufgebaut, aus der dann die Bibliothek des Konservatismus entstanden ist. Und in dieser Bibliothek des Konservatismus gibt es einen Sonderbestand Lebensrecht, also die, ähm, ähm, ja, die Anti-Choice-Bewegung. Und da wiederum ist dann Umerziehung, ähm, leicht verschoben worden. Jetzt geht es nicht mehr um Umerziehung der Deutschen durch die US-Amerikaner, sondern, ähm, Umerziehung, äh, durch Frühsexualisierung, ne, aber das war ein fließender Übergang. Und bei dieser Umerziehung durch Frühsexualisierung sind wir halt wieder bei, ähm, äh, bei, ähm, dem Themenbereich Homosexualität und Pädagogik gelandet. Äh, diesmal aber andersrum. Diesmal wird, äh, gesagt, die Homolobby will uns um, will unsere Kinder umerziehen. Während Schreck-Notzig gesagt hat, wir müssen halt die, ähm, Schwulen und Lesben umerziehen. Ähm, bei diesen Netzwerken, noch ein Beispiel, Netzwerk christlich-aristokratischer Antifeminismus. Mir ist aufgefallen, dass bestimmte Wörter, wie zum Beispiel Frühsexualisierung in bestimmten Bereichen sehr viel häufiger vorkommen als in anderen. Zum Beispiel, äh, Frühsexualisierung, äh, sehr häufig im, äh, Netzwerk christlicher Antifeminismus, aber noch häufiger in einer Untergruppe, nämlich im Netzwerk christlich-aristokratischer Antifeminismus. Also von Menschen, wo klar ist, was man allein schon am Namen sieht, Hedwig von Bewerförde oder, ähm, Beatrix von Storch, dass sie halt zu einem aristokratischen, dass sie einen aristokratischen Hintergrund haben. Und da ist Frühsexualisierung tatsächlich am häufigsten genannt worden von einer Gruppe, äh, von religiös motivierten Adeligen. Ne, und, äh, nicht nur Frühsexualisierung, sondern auch, ähm, ähm, Indoktrination von Kindern, auch dort, ähm, gleichauf quasi mit, ähm, dem christlichen Antifeminismus ohne Adel. So, ähm, insgesamt natürlich christlicher Antifeminismus ist da insgesamt natürlich absolut am höchsten. Ähm, und dann habe ich mir diese Adelsnetze genauer angeschaut und habe da festgestellt, dass es, ähm, circa 70, ähm, Adelige gibt, die, ähm, miteinander verwandt sind, verschwägert sind und so weiter. Und die alle zusammenarbeiten in der Anti-Choice-Bewegung gegen Frühsexualisierung, gegen Abtreibung, gegen, äh, eher für alle, ne, das, ähm, und das ist tatsächlich ein Netzwerk, die sind miteinander verwandt, äh, verschwägert und sind dann noch in verschiedenen, ähm, Gruppierungen. Also, die Habsburger zum Beispiel aus Österreich mischen mit beim Opus D, die Oldenburger, also Beatrix von Storch oder Paul von Oldenburg bei der Gesellschaft zum Schutz von Tradition und Familie, Privateigentum oder auch Demo für alle, Initiative Familienschutz, ähm, Westfalen-Nürnig vom Weber-Förde, auch die sind alle sehr eng miteinander verwandt, es ist dieser sauerländische Adel, auch da, ähm, gibt es, ähm, mit der Stiftung Ja zum Leben oder Christdemokraten für das Leben, ähm, äh, viele Zusammenhänge, gerade Stiftung Ja zum Leben ist halt quasi ein Adelsverein, dann die Löwenstein-Wertheim-Rosenbergs, ja, mit dem Forum Deutscher Katholiken als Gegenbewegung gegen das, gegen das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, wo eigentlich die Löwenstein-Wertheim-Rosenbergs immer, ähm, die, äh, Präsidentschaft hatten, ähm, das sind so die fünf relevanten Adelsfamilien, aber es gibt, ähm, darüber hinaus sehr viel mehr. Ähm, ich stock das nochmal wieder, genau, das ist halt, ähm, das ist halt dieses Netzwerk, kann ich kurz anblenden, ne, hier unten sieht man, wo die überall aktiv sind, das rote, und hier sieht man, äh, wie die miteinander verwandt und verschwärgert sind, zum Teil auch über drei Ecken, das müsste eigentlich dreidimensional dargestellt werden, also nicht über drei Ecken, das auch, aber ich meine, ähm, zum Teil auch gleich mehrfach miteinander verwandt, man verschwägert, ne, und das, ähm, ähm, ist dann halt, ähm, dieses Netzwerk, ne, man darf sich das nicht, so wie ich das jetzt hier mache, so, äh, als Fläche vorstellen, sondern, ähm, die Verbindungen sind auch viel vielfältiger, das lässt sich gar nicht, äh, grafisch, äh, so gut darstellen, deswegen hier, quasi als Tafel, ne, wobei das eigentlich, wie gesagt, dreidimensional sein müsste. Genau, das ist halt, und, äh, das Spannende daran ist, dass eben dieses Netzwerk des Adels eigentlich gar nicht bislang thematisiert wurde, ne, das ist halt auch nochmal ein Befund quasi aus diesem, ähm, 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 ja, aus diesem Diskursatlus. Okay, damit bin ich jetzt durch, ich hab, äh, ne, Punkt genau, genau, Viertel nach, wow, hätte ich nicht gedacht, ähm, ja, danke für die Aufmerksamkeit, und jetzt können wir noch miteinander diskutieren. Ja, vielen herzlichen Dank, Andreas, für den Einblick und Überblick über den Diskursatlas und die verschiedenen Narrative. Äh, ich möchte jetzt nochmal darum bitten, Sie können sich alle, wie gesagt, im Fragen- und Antwort-Tool beteiligen, aber, was uns genauso oder vielleicht noch lieber ist, Sie können, äh, sich auch mit einem Wortbeitrag beteiligen. Dazu einfach bitte auf, äh, bei den Reaktionen auf, ähm, Handheben klicken, oder vielleicht sehen Sie es direkt, und das sehen wir dann und holen Sie dann auf die Bühne. Ja, Andreas, es gibt schon eine Reihe von, äh, Fragen im Fragen- und Antwort-Tool, ähm, ich beginne mal mit dem, ich weiß nicht, ob du es auch siehst, mit dem zweiten, weil das so ein bisschen anknüpft an, ähm, äh, äh, das, was du relativ, äh, zuletzt vor dem, äh, äh, Adels-Netzwerk, ähm, nochmal beschrieben hast, äh, und zwar, äh, im Hinblick auf die AkteurInnen, äh, das Thema Frühsexualisierung, da war die Frage, ob, äh, die Narrative, die da verwendet werden, ob diese verschiedenen Strömungen das auch unterschiedlich, äh, äh, argumentieren oder gleich argumentieren. Also zeigen sich da zum Beispiel Unterschiede zwischen den christlichen Akteuren und den völkischen. Kannst du dazu vielleicht etwas sagen? Ähm, ja, ja, klar, die sind ja auch anders verknüpft, ne, das heißt, ähm, bei den, bei der Frühsexualisierung, bei den völkischen, äh, da gibt es zum Beispiel auch, ähm, da gab es auch schon, ähm, Funde halt aus, aus, aus der Nazizeit, wo dann gesagt wurde, dass, äh, arische Kinder, arische Jugendliche sind Spätentwickler, zu, im Gegensatz halt zu, ähm, den Menschen aus dem arabischen Raum oder aus, äh, die nicht arisch sind, das sind Frühentwickler, ne, und das heißt, wenn dann halt, äh, die, ähm, Deutschland überfremdet wird, dann führt das zu einer Frühsexualisierung, ne, so würden dann halt völkische dann eher argumentieren, während die, ähm, äh, aus dem katholischen oder, was ich auch gar nicht benannt habe, auch aus dem, es gibt natürlich auch, ähm, so rechtsevangelikale Gruppierungen, die würden dann halt eher mit der Bibel oder mit, ähm, Sünde argumentieren. Das ist dann ein bisschen anders, ne, das hat auch andere Anknüpfungs, ähm, äh, äh, Muster, aber, ähm, das Spannende ist ja daran, dass halt Frühsexualisierung dann völkische und, äh, äh, so ultrakatholische, ähm, Gruppierungen zusammenbringt, ne, das ist so eine Koalition, die die bilden, die nicht gebildet wird über eine gemeinsame Demonstration, ähm, oder über gemeinsame, äh, Plakate oder Flugblätter oder äh, Resolution, sondern allein schon durch, durch den Diskurs kommen die zusammen. Wobei, äh, sie dann natürlich auch gemeinsam teilnehmen an, äh, an, äh, Aktionen gegen, äh, Drag-Queer-Lesungen und so weiter. Dann kommen die tatsächlich auch in, in real zusammen, nicht nur über die Sprache. Ja, danke. Dazu kam gerade noch eine Frage, die passt auch, aber du hast schon zum Teil beantwortet, so ein bisschen mehr was sagen kannst zum Inhalt von Frühsexualisierung, vielleicht auch das, was gerade hier in den aktuellen Diskursen so läuft. Worauf wird da Bezug genommen, was wird da vor allen Dingen angeprangert oder auch diskutiert? Ja, es wird halt, ähm, 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 gesagt, dass, also letztlich steckt, also ist ein Narrativ dahinter von der Unschuld des Kindes und es wird halt, äh, gesagt, dass Kinder bewusst frühsexualisiert werden von der Homolobby, das ist jetzt, ähm, sowohl bei den völkischen als auch bei den, ähm, bei den, ähm, katholischen Gruppierungen so, es gibt eine Homolobby, eine, äh, weltweite Homolobby und die wollen, ähm, die Kinder frühsexualisieren, damit sie dann, ähm, entfremdet werden von den Eltern, damit die Familie zerstört wird, die Familie ist die Keimsel der Nation und als Keimsel der Nation wird dann auch direkt, ähm, die Nation zerstört und das ist halt die Absicht und dann wird, wird, äh, geht es auch sehr schnell ins Verschwörungsmythologische, wo dann gesagt wird, okay, wir haben, ähm, äh, es gibt irgendwelche dunkle Mächte, die dahinter stecken, ähm, und da kommt dann der Begriff des Kulturmarxismus, und, äh, und, äh, sehr schnell ist man dann eben auch bei, äh, antisemitischen, ähm, Strukturen, antisemitischen Verschwörungsideologien, ne, und, äh, und, äh, genau, das, das deckt sich dann quasi auch sehr schnell wieder halt mit entsprechenden, ähm, Verschwörungsideologien aus der Nazizeit. Ja, besten Dank. Dazu gehört ja auch noch, äh, dass es auch ein bestimmtes Verhältnis zu Sexualität dann gibt, was sich dahinter, äh, versteckt und, äh, was auch im Privaten gehalten werden will und wo, äh, Kinder, äh, möglichst weit, äh, von, äh, ja, weggehalten werden sollen aus Sicht derer, die mit Frühsexualisierung, äh, äh, argumentieren und, äh, gar nicht zur Kenntnis nehmen, was es an Forschung und auch in der, aus der Früh, äh, Pädagogik dazu gibt und wie wichtig es ist, sich auch, ähm, mit Sexualität auseinanderzusetzen, gerade in der, in der Zeit, wo es sich entwickelt. Aber gut, das können wir vielleicht hier nicht vertiefen, äh, wir hatten, äh, wir haben ja noch diverse andere Fragen, einmal noch zum Thema, äh, relativ am Anfang, ähm, du hattest das, äh, narrativ traditionelle, äh, Familie, ja, benannt und da, äh, war die Nachfrage, die Frage, ob, äh, dieses, weiß ich, ob du was dazu sagen kannst, das aktuelle Phänomen, Treadwives, das ja viel, äh, in, in den sozialen Medien jetzt auch, ähm, TikTok, äh, Insta zu finden ist, ob das Teil dieses Narrativs ist, äh, traditionelle Familie oder wie würdest du das einsortieren? Ja, ich habe dazu jetzt noch keine, ähm, kein Zitat gefunden, ähm, das wurde jetzt von den größeren Playern, also von diesem, äh, üblichen Verdächtigen wurde das bislang, habe ich, habe ich das nicht gefunden, also es scheint tatsächlich eher so ein TikTok-Phänomen zu sein, aber, oder ich habe es übersehen, das kann ja auch gut sein, ähm, aber es passt natürlich, ähm, super, ne, das ist genau dieses Bild von, wie Frauen zu sein haben, also genau das, was, äh, Maximilian gerade erzählt hat, ähm, wie Frauen zu sein haben und, ähm, ja, also, äh, ideologisch, ähm, vom Narrativ, ähm, wird das sehr gut passen. Ja, das knüpft ja so ein bisschen an, auch an, äh, oder versucht, glaube ich, äh, nochmal umzudrehen, äh, innerfeministische Debatten, äh, um, um das Thema Verhältnis von, von, ähm, ja, wie weit will ich mich, ähm, in den Arbeitsprozess, in den kapitalistischen, äh, neoliberalen einspannen lassen und diese Doppelbelastung, äh, ähm, ja, ständig haben, äh, weil die Strukturen, Kinderbetreuung und Betreuung für, von Pflegebedürftigen und so weiter nicht existieren und, ähm, ähm, da gibt es natürlich dann auch, ähm, Menschen, auch Feministinnen, die sagen, dem will ich mich entziehen und das wird dann gedreht, ne, in dieser völkischen Variante dann an der Stelle und das, äh, Treadwife als das Role Model dann dargestellt und das scheint, soweit ich das mitbekommen habe, für viele auch, äh, äh, gerade Jüngere bei TikTok oder auch bei Insta durchaus attraktiv zu sein, äh, wenn dort, äh, da auch die nach oben gespült werden und immer wieder, äh, reproduziert werden, diese Bilder. Gut, ähm, vielleicht, äh, ja, es gab noch eine Frage, mal generell, ob die Narrative in dem, äh, Diskursatlas mit Quellen, äh, verbunden sind, beziehungsweise, ob die, ja, ich glaube, so lese ich das jetzt mal gerade, ja, die, äh, die, äh, sämtliche, äh, Narrative sind mit Beispielen hinterlegt und die Beispiele sind auch, da sind die Quellen auch jeweils angegeben, also sehr umfangreicher, äh, äh, Quellenfundus in, in dem Diskursatlas können Sie gerne reingucken, wenn das jetzt die Frage war. Ähm, dazu vielleicht auch noch eben die Frage, äh, ob die Präsentation, äh, zur Verfügung gestellt wird im Nachgang, wir müssen, also wir werden auf jeden Fall diese Aufzeichnung, ähm, dann, äh, hier online stellen, sodass das nochmal nachgeschaut werden kann, in welcher Form wir die Präsentation, ähm, zur Verfügung stellen können, haben wir noch nicht, äh, abschließend geklärt, Sie haben gesehen, das ist ein, äh, eine Präzis, die sich nicht so einfach, äh, 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 auch darstellen lässt, ähm, werden wir noch nachreichen, ob wir da was zur Verfügung stellen können. So, ähm, vielleicht jetzt mal zu der Frage, ähm, ah, nee, ich habe eine, eine erste Wortmeldung, jetzt ist es schon wieder weg, hat sich doch offensichtlich erledigt, dann, äh, gehe ich weiter, äh, äh, in unserer Fragen-und-Antwort-Tool, äh, die Frage wäre hier, ob, äh, du Bezug herstellen kannst zu den Incels, und, äh, in Bezug auf Rechtsextremismus als ideologische Strömung, das, das der zuhörenden Person, Irina, hier ein bisschen gefehlt hat. Ja, es hat tatsächlich, ähm, die, also, ich gehe davon aus, dass, ähm, die Präsentation, die ich gezeigt habe, oder auch, ähm, das, ähm, E-Paper schon noch Schlagseiten hat, ne, es ist, ähm, es arbeiten nicht gerade besonders viele Menschen damit, aktuell mache ich das alleine, und, ähm, äh, das ist ein Work in Progress, und, ähm, wenn man halt den Antifeminismus unterteilt in Maskulismus und Familismus, also so eine, äh, Antifeminismus, der sehr stark darauf bezogen ist, dass Männer und Väter und Männlichkeiten, äh, benachteiligt werden, Familismus hingegen, dass Familie und, äh, und so weiter benachteiligt wird, Abtreibungsfrage und so weiter, ähm, dann, äh, ist der Diskursatlus, denke ich, eher angesiedelt halt bei, äh, äh, familistischen Antifeminismus, ne, der müsste ergänzt werden, um, äh, äh, ja, maskulistische Bilder, ne, die sind zum Teil auch drin, also auch gerade, wenn Höcke von, äh, Männlichkeiten spricht und, und so weiter, dann, ähm, sind die drin, oder auch, äh, äh, Maximilian Krah hat ja auch entsprechende Videos gemacht, oder es gibt beim Institut für Staatspolitik, ähm, da, äh, ja, so ein, es geht in Richtung von so einer faschistischen Männlichkeit, ähm, und da gehören dann auch die Insights rein, die dann auch bestimmte Bilder haben von Alpha-Männern, wie halt Alpha-Männer zu sein haben, dass wir das, ähm, das wäre halt komplementär mit, mit diesen Tread-Vives, ne, das ist der Alpha-Mann und Tread-Vive, die gehören dann quasi zusammen mit diesen Bildern, das, ähm, ähm, aber da ist, äh, da müsste eigentlich nochmal genauer geschaut werden, nochmal schwerpunktmäßig, nochmal stärker dann auch, ähm, geschaut werden. Die Incel-Bewegung ist allerdings auch, äh, in Deutschland, ähm, so gut wie gar nicht vorhanden im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, das ist auch nach meinen Recherchen, vielleicht bin ich da auch schon veraltet, ähm, also ich kenne hier keine, ähm, Incel, die jetzt, ähm, so Medienstars sind in Deutschland, oder, ähm, äh, das, äh, ist für mich immer noch eher, ähm, auch ein, eine Bewegung aus den Vereinigten Staaten, so, und der Diskurs hat das Antifeminismus, gerade weil er sehr stark auf Sprache, auf deutsche Sprache auch, äh, ausgerichtet ist, hat das deswegen wahrscheinlich auch nicht so sehr im, ähm, im Fokus. Ja, vielen Dank. Wer, wer sich für Incel interessiert, kann vielleicht die Publikation von Veronika Krader, äh, sich da näher angucken, können wir vielleicht gleich noch in den Chat stellen, einen Link da drauf. Ähm, ich, es gibt tatsächlich eine, eine Wortmeldung, ähm, jetzt dann auch im Fragen- und Antwort-Tool von Angelika Saupe, da möchte ich, äh, den Kollegen von der Technik bitten, Angelika Saupe jetzt auf die Bühne zu holen für eine Wortmeldung, da geht's um, um das Thema, äh, Cluster Neoliberalität, oder neoliberales Cluster. Sollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Ja, ich sehe Angelika Saupe schon, müsste jetzt die Kamera anmachen und das Mikrofon. Ja, noch nicht. Äh, äh, ja, ja, okay. Ich höre Sie zumindest. Ja, so, so. Und sehe Sie jetzt auch, ja. Ja, okay. Ähm, hallo, Herr van Wagen. Und hallo, Herr Kemper. Ich habe ja schon öfter teilgenommen und Sie auch schon mal persönlich bei einem Vortrag gehört. Ich finde das total spannend mit dieser ausführlichen Analyse und, ähm, habe aber zu diesem Cluster Neoliberal noch mal eine Frage. Das habe ich nicht wirklich verstanden, warum Sie den Begriff gewählt haben, weil ganz zum Schluss, bei den Erläuterungen kam an dieses Wort staatsfeindlich vor und ich hätte das vielleicht dann eher rechtskonservativ staatsfeindlich genannt im Verhältnis zu den anderen, damit man noch mehr sieht, dass das jetzt nicht so eine Ökonomie, ähm, Richtung ist sozusagen. Neoliberal denkt man ja mehr an ökonomistische Ideen, ähm, sondern an, äh, ja, an, äh, ideengeschichtliches äh, Muster sozusagen, was sich da abbildet. Das fände ich interessant, wenn Sie das noch mal erläutern würden, wie Sie dazu gekommen sind, das so zu benennen. Ja, das, äh, hat auch mit den Zitaten zu tun, ne, die Zitate, ähm, diese Äußerung, die kann man ja bestimmten Akteuren zuordnen. Und da ist mir aufgefallen, dass es doch eine sehr, äh, große Dichte hat, äh, mit, ähm, mit Leuten, die ich dann eher auch dem neoliberalen Spektrum zuordnen würde. Aber das stimmt, also der Begriff Neoliberal, ähm, passt da nicht, also jetzt gerade auch mit der Entstehung halt von der sogenannten Libertarians-Bewegung mit Millay, die ja auch immer größer wird und immer mehr auch von sich reden macht, ähm, die grenzen sich ja quasi ab vom Neoliberalismus, weil denen der Neoliberalismus noch viel zu, viel zu sozialistisch ist, ne, das, ähm, und nähern sich gleichzeitig aber auch den, äh, sogenannten Rechtslibertären an. Es gab ja zwar gerade noch ein Treffen von Millay mit, ähm, von Fox ist da, glaube ich, eingeladen worden in Spanien, wo er sich dann auch quasi kurz geschlossen hat mit den ganzen rechten europäischen Parteien, die, ähm, ja, eigentlich eher dann so zu so einem rassistischen Spektrum gehören, ne, das, ähm, da müsste man beobachten, wie das Ganze sich weiterentwickelt. So, ich habe die wahrscheinlich, also ist eigentlich, ist es, ähm, so eine Antidiskriminierung, so ein Antidiskriminierungskluster, wo es genereller darum geht, äh, ne, Anti-Anti, Entschuldigung, Anti-Antidiskriminierungskluster. Ja, ja, genau, wo es, wo es darum geht, halt Diskriminierung insgesamt abzulehnen, ne, also das heißt, ähm, die, äh, der Antifeminismus, Quatsch, der Feminismus wird abgelehnt, weil, ähm, generell alles, was Antidiskriminierung ist, abgelehnt wird, ne, und das, ähm, äh, und das der Diskriminierungs-, Antidiskriminierungsbewegung gegenüber. Aha. Und da wird es dann auch schnell neoliberal, ne, weil dann gesagt wird, das stört, äh, die, äh, Antidiskriminierungsgesetze, ähm, stören, ähm, die stören, ähm, ach so, ach, okay. Die stören einfach, die sind im Weg, ne, das ist alles, das geht alles Richtung Sozialismus, ne, Antidiskriminierungsgesetze. Aha. Interessantes Verständnis von Antidiskriminierung, ähm, aber, äh, okay. Äh, danke für die Erneute und da muss ich mich nochmal weiter einarbeiten, glaube ich, in diese Schiene. Das ist mir nicht so präsent. Gut, danke. Ja, vielen Dank für die Wortmeldung, äh, ich möchte darum bitten, wenn Sie weiterhin, äh, sich auch per Wort, äh, Meldung beteiligen wollen, gerne, dann bitte Hand aufzeigen. Äh, es gab hier gerade noch eine Frage, ob das, äh, Dokument, äh, zu den Adelsnetzwerken, ob das, äh, öffentlich zugänglich ist. Meines Wissens noch nicht, Andreas, aber du schreibst gerade an einer Publikation dazu. Ist das richtig? Genau, ich schreibe an einem Buch, äh, zu, das heißt Aristokratie des Adels, der Quatsch, Aristokratie des Antifeminismus. Ähm, ich bin momentan so viel beschäftigt mit, ähm, 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 mit einer rechten Partei, äh, dass ich, äh, da momentan so einen Rückschlag gelitten habe und der überhaupt nicht weiterforschen konnte. Aber das, äh, soll auf jeden Fall fertiggestellt werden und da sind dann, also 240 Seiten habe ich schon geschrieben. Ja, das wird auf jeden Fall sehr detailliert und, ähm, sehr genau. Ja, wir sind gespannt. Vielen Dank. Ähm, ähm, ja, hier gibt's noch die Frage, weil die Zitate, die du jetzt, äh, gebracht hast, ja, alle älter, äh, sind, ähm, haben sich die Narrative eigentlich in den letzten Monaten, ähm, verändert? Hast du das beobachtet? Und wenn ja, meine Frage dazu, woran könnte das liegen? Also die verändern sich ständig, ne, das, aber es eigentlich, ähm, die verändern sich, bleiben aber im Prinzip gleich, ne? So, das heißt, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel das Narrativ Vogue, ne, die Voken, die, äh, das kommt aus den Vereinigten Staaten und ist ganz ähnlich auch wie der Begriff Political Correctness ursprünglich ein Begriff gewesen, der aus der emanzipatorischen Bewegung kam und, ähm, dann aber von Rechten übernommen wurde und jetzt gegen, ähm, mit einer neuen, ja, mit neuen, äh, Bezügen, mit neuen Inhalten, mit neuen Bedeutungen quasi jetzt gegen emanzipatorische Bewegung gesetzt wird, ne, die, äh, die, äh, die Voken, das ist, äh, vorher waren das die, äh, politisch Korrekten, jetzt sind es die Voken. Das ist ein neues Narrativ, das haben wir auch noch nicht aufgenommen jetzt, ähm, aber es kommt immer häufiger und ersetzt quasi Political Correctness, ohne dass, ähm, von der Erzählung her sich großartig was ändert. Das ist aber, ähm, schon auch ein Unterschied. Also, oder. Hat das vielleicht Verbindungen zu, zu Gutmensch? Das ist ja auch ein Narrativ. Genau, genau, das ist eher genau Gutmensch, ne, Political Correctness. Das, und das wäre dann auch, Woke wäre dann auch in der Präsentation ganz oben, äh, rechts in diesem Cluster anzusiedeln, das, ähm, genau, das, äh, gehört dazu. Ähm, oder, ähm, Elternrecht statt Kinderrechte. Das ist jetzt auch ein, ähm, relativ neues, ähm, ähm, oder es ist mir aufgefallen, dass es immer häufiger kommt. Ne, das hatte dann aber auch wiederum damit zu tun, dass dann Kinderrechte, ähm, ins Grundgesetz rein sollten und dann wurde halt diese, ähm, äh, dieses Narrativ dann gestärkt. Und das verbindet sich aber auch sehr gut zu anderen Narrativen und war quasi implizit auch immer schon vorhanden, aber jetzt wurde es noch mal expliziter, taucht das immer wieder auf. Jetzt haben wir hier noch eine Frage von, äh, Susanne Weise, ähm, die fragt, äh, welchen Clustern du, äh, die transfeindlichen radikalen Feministinnen, Feministinnen, TERFs, ähm, am ehesten zuordnen würdest und wie? Auch, äh, hier in Deutschland haben wir ja die Debatte, äh, genau, um Transfeindlichkeit innerhalb bestimmter feministischer Strömungen. Wie siehst du das? Wie, in welchem Verhältnis steht das zu diesen Narrativen? Ähm, ja, da geht es ja auch um eine Form von Natürlichkeit, ne? Es gibt, ähm, die, ähm, TERFs, das ist halt sehr schwierig, weil, ähm, äh, also wir, also ich habe das so gemacht, oder ursprünglich, wir haben das so gemacht, äh, wir haben zu bestimmten Aktivistinnen, Akteuren, ähm, nur dann auch Artikel verfasst, wenn die halt häufiger vorgekommen sind mit bestimmten Zitaten. Und diese Zitate bestehen ja aus Verkettungen von verschiedenen, ähm, Narrativen, ne? Und von verschiedenen antifeministischen Narrativen. Und bei TERFs ist es, ähm, so, dass sie sehr häufig, ähm, nur dieses, dieses eine Narrativ haben, dass, ähm, Menschen halt, äh, von Natur aus entweder Männer oder Frauen sind. Also, dass dieses Binäre, ne? Ähm, ja, und wenn, ich mach das jetzt, ich hab, hab da nicht wirklich zu geforscht, aber was ich so im Kopf habe, ist, äh, wenn es dann vorkommt, dann ist es auch eher mit diesen, ähm, ähm, äh, Antidiskriminierungs, äh, Anti-Antidiskriminierungs, äh, Narrativen gekoppelt, die auch oben rechts sind, mit diesen, äh, ähm, ähm, political correctness oder, ähm, ja, also mit diesen Begrifflichkeiten, wo dann gesagt wird, hier, meinungsfreiheit, ne? Man darf nicht mehr mal seine Meinung sagen, also damit ist es sehr stark dann verknüpft. Na, aber es ist halt schwierig, weil diese, die passen nicht direkt rein in dieses, ähm, antifeministische, ähm, 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 Muster, weil sie ja oft selber auch feministisch argumentieren und dann nicht, ähm, ähm, und sich halt sehr stark auch abgrenzen von bestimmten ultrakatholischen oder völkischen Positionen, ne? Das, ähm, da müsste man schauen, wie sich das weiterentwickelt. Gut, also wichtig ist zu sehen, es gibt Überschneidungen hier bei den, ähm, bei manchen Narrativen, aber das ist jetzt nicht automatisch damit gesagt, dass es sich darum um AntifeministInnen handelt, so. Um das mal so verkürzt zu sagen, also das ist eine andere Debatte, die intensive, auch eine interfeministische Debatte, äh, die man, glaube ich, an einer anderen Stelle noch etwas intensiver führen kann und sollte, so. Aber genau, dieses Binäre und, ähm, auch, ähm, dieses Natürlichkeitsnarrativ taucht da im Hintergrund auf, ja. Gut, vielen Dank. Dazu, jetzt haben wir noch, äh, das führt so ein bisschen mal auch nach vorne, was machen wir eigentlich mit diesen ganzen Narrativen? Ähm, die Frage, ob du Erkenntnisse hast, darüber, welche Gründe dazu führen können, dass einige Narrative verschwinden, andere Narrative stärker werden, kann man ja gegebenenfalls lernen, welche Maßnahmen erfolgreich sind in der Überwindung antifeministischer Narrative? Ähm, ja, ich gehe ja davon aus, dass diese Narrative nicht einfach nur Argumente sind, womit argumentiert wird, sondern dass es eben auch, ähm, ähm, ja, Embleme sind, über, wo sich dann halt Rechte, äh, treffen, verbinden und, ähm, dann halt zu gemeinsamen, ähm, Aktionen kommen oder zu gemeinsamen, ähm, äh, vielleicht sogar zu einer gemeinsamen Partei, ne, das, ähm, wo dann halt völkische und ultrakatholische und, ähm, äh, diese staatsfeindlich-rechten Gruppierung dann halt zusammenfinden über diese Narrative, weil die halt ganz ähnlich dann in Anführungszeichen argumentieren, ne, das, ähm, das ist, glaube ich, schon mal ein, ein Befund und, ähm, es geht ja letztlich nicht darum, diese Narrative, ähm, komplett abzuschaffen, sondern es geht dann darum, die zu markieren und zu schauen, ähm, wie werden die eigentlich benutzt, wie häufig kommen die eigentlich vor, auch in, ähm, in ihren Verkettungen und wie wenig stichhaltig sind die und wie wichtig sind die halt viel eher darüber, ähm, in dieser Emblemfunktion, ne, und, ähm, ja, und, ähm, Ja, die Sprache ist dann, denke ich, eher dafür da, die Leute zu erkennen, ne, und zu markieren und dann auch zu sehen hier, es gibt da verschiedene Netzwerke, die sich halt entlang dieser Narrative auch, auch treffen und dann kann man auch diese Netzwerke markieren, also gerade dieses Adelsnetzwerk, ähm, das ist ja bislang überhaupt nicht im Blick und, ähm, das wäre dann auch sehr spannend halt zu gucken, wie sich das entwickelt. Allerdings, ich bin auch kein, äh, ich bin kein Politikparater, ich bin auch sehr schlecht, was das angeht, ähm, ich bin halt eher Rechercheur und, ähm, gucke halt, wie sich das zusammensetzt und was man machen kann, da sind dann, glaube ich, andere Leute gefragt, da bin ich, ähm, nicht so, ist nicht mein Ding, ähm, ich bestelle halt eher da, was ist. Ja, ja, vielen Dank. Es geht sicherlich darum, genau sich dessen bewusst zu sein, welche Narrative im Umlauf sind, welche Signalwörter da tatsächlich verwendet werden und, äh, sich die so weit hochzuholen, dass, äh, wenn, wenn sie in, äh, Diskussionen sind, sei es in der Familie, sei es in, im Arbeitsumfeld, in, äh, unterschiedlichsten Zusammenhängen mitzubekommen, okay, da wird ein Signalwort verwendet, was vielleicht, ähm, ein antifeministisches Narrativ anzeigen könnte, dann genauer hinzuhören und das, was in vielen anderen, äh, Diskussionen auch immer wieder gesagt wird, wichtig ist es, ähm, immer natürlich vor dem Hintergrund, äh, ob man, äh, sich das, äh, zutraut in der Situation, in dem Kontext, da, ähm, zumindestens gegenzuhalten im Sinne von, ich sehe das anders oder auch dann dagegen zu argumentieren, um nicht diese, äh, Narrative einfach, äh, stehen zu lassen. Es geht ja immer dann darum, die anderen, die zuhören, denen zu zeigen, das ist jetzt nicht das in Anführungsstrichen Normale, sondern es, äh, gibt auch eine ganz andere Sichtweise darauf, dass wir, so ein kleiner Hinweis darauf, wie mit solchen Narrativen vielleicht umzugehen ist und wie wir da was gegen tun können, ähm, das vielleicht ein, ein, ein Schritt. Genau, und, und wichtig vielleicht auch noch mal, ähm, mit der, wenn man argumentiert mit Antifeministin, dann, ähm, sind diese Narrative oftmals, äh, auf sich selbst verweisend, das sind so Zirkel, ne, man spricht dann über Frühsexualisierung, dann kommt das Argument Kulturmarxismus, ne, und, und so weiter, das, ähm, das heißt, ein, ein Narrativ verweist auf das nächste, aber es steckt eigentlich nichts dahinter und, ähm, es kommt dann schon wieder, wenn man dagegen argumentiert, kommt schon wieder das neue Narrativ und es sind eigentlich nur diese 25, 26 Narrative, so, und, ähm, genau, und wenn man das weiß, dann weiß man auch, okay, so viel steckt gar nicht dahinter, das ist einfach nur immer ein Verweisen auf diese Narrative. Mhm, ja. Es gab jetzt so eine kleine, äh, ein kleines Hin und Her zu meiner auch Aussage, dass es eine innerfeministische, äh, Frage ist vielleicht, wenn es um die, um das Thema TERFs geht, ähm, ich mach das hier noch mal für alle, die das nicht vielleicht mitlesen, noch mal offen, Angelika Saupe hat, äh, noch mal für, als Einmerkung, äh, als Anmerkung für eine Einordnung, ähm, geschrieben, innerfeministische Debatten. Ein guter Tipp dazu ist auch das Buch von Stefanie Lohhaus, Stärker als Wut, relativ neu, jetzt vor zwei Monaten, glaube ich, rausgekommen, äh, wo auch noch mal Geschichte, ähm, des Feminismus oder der Feminismen auch sehr, äh, ja, gut beschrieben ist, mit, mit vielen Erfahrungen, die da drin stecken. Und, äh, Kommentar dazu von Susanne Weise, wenn das Verständnis von Feminismus ein queerfeministisches ist, dann sind TERFs ja durchaus antifeministisch. Das ist ja nun mal die aktuelle Entwicklung des Feminismus. In anderen Publikationen zu Antifeminismus werden TERFs ja durchaus als zentrale AkteurInnen des Antifeminismus und der Anti-Gender-Bewegung ausgemacht, wenn ich das richtig überblicke. Ist es nicht etwas zu einfach, das als innerfeministische Frage für eine andere Stelle auszumachen, ist die Frage. Ich, ähm, wollte damit nicht die Diskussion dazu abwürgen, sondern ich glaube, das ist eine, eine tiefergehende Debatte, wo es verschiedene Perspektiven drauf gibt und ich wollte das jetzt nicht heute, äh, äh, ins Zentrum hier unseres Gesprächs, äh, stellen, äh, wie die Debatte, äh, äh, dazu ist. Aber, Andreas, vielleicht hast du noch eine andere Einschätzung zum Thema TERFs und, ähm, äh, dass sie ja durchaus auch antifeministische, äh, Zuschreibungen verwenden, antifeministische Narrative verwenden. Ähm, wie würdest du das einsortieren für dich oder einordnen? Ähm, ja, aber es ist natürlich schwierig. Ähm, Alice Schwarzer, ähm, hat eben bei ganz vielen Narrativen, die halt ich im Diskursatlas jetzt, ähm, festgestellt habe, äh, die würde sie nicht verwenden. Ne, das ist, ähm, deswegen ist es halt sehr schwierig, ähm, sie dort einzubauen. Jetzt aus meiner Sichtweise von diesem Diskursatlas, ne, das ist, weil, ähm, äh, Björn Höcke und, äh, wie heißen sie alle, Birgit Kelle und so weiter, die, die teilen fast alle Narrative. Das ist gar nicht, ähm, okay, Birgit Kelle würde jetzt vielleicht nicht von Volkstod sprechen, ne, aber, ähm, ansonsten teilen die die wirklich, äh, was weiß ich, 24 von diesen 26 Narrativen. Und das ist bei den TERFs eben, ähm, äh, die haben vielleicht ein, zwei, drei von diesen Narrativen, die ich dort herausgearbeitet habe. Aber vielleicht entsteht da auch ein neuer, eine neue Form von, ähm, Antifeminismus, von so einem, ähm, ja, von so einem TERF-Antifeminismus, der dann eigene Narrative entwickelt, die dann auch wiederum anschlussfähig sind, wo es so ein eigenes Cluster gibt, ähm, das dauert aber dann wahrscheinlich noch, bis ich das dann auch, äh, darstellen kann. Bislang, ähm, ist das schwierig. Und für mich als, als hetero-Cis-Mann ist es dann auch, ähm, will ich da auch nicht vorauseilen, ne, ich, ähm, warte dann tatsächlich die Diskussion eher ab und gucke, was wird jetzt dort deutlicher als antifeministisch, ähm, markiert. Und dann ist es theoretisch auch denkbar und möglich, das dann auch, ähm, quasi jetzt eigenes Cluster nochmal aufzunehmen. Marie Pagel, ähm, kommentiert hier gerade noch, vielleicht wäre es im Kontext, ähm, dieser Einordnung von TERFs innerhalb des antifeministischen Spektrums auch nochmal eine Heraushebung von Antigenderismus innerhalb des Antifeminismus hilfreich. Also das nochmal als eigenen Bereich zu nehmen. Wäre zu überlegen. Genau. Äh, was ich, äh, auf jeden Fall, ähm, betonen möchte, äh, ist, äh, Transfeindlichkeit ist in, 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 auf keine, äh, keine Art und Weise in irgendeiner Form tolerabel. Und, äh, das ist abzulehnen und natürlich auch gerade aus einer queer-feministischen Perspektive, ähm, gibt es da überhaupt nichts, was, äh, in irgendeiner Form verbindet. Deswegen ist es ja auch eine sehr harte Auseinandersetzung zum Teil. Aber ich sehe das, äh, ich verstehe das, Andreas, wo du sagst, ja, es ist vielleicht ein ganz anderer Bereich nochmal, der eben, äh, vielleicht auch nochmal eigene Narrative, äh, generiert. Aber ich glaube, man muss es dann im Gesamtzusammenhang sehen, was wird, äh, politisch, gleichstellungspolitisch, feministisch dann auch an anderen Ecken gefordert, bevor wir da plötzlich Allianzen zwischen TERFs und Rechtsradikalen sehen, die es so politisch-ideologisch gar nicht gibt. Da muss man sich, glaube ich, ein bisschen, ja, ein bisschen vorsichtiger agieren an der Stelle. So, ich gucke nochmal. Es gibt im Moment keine offenen Fragen und auch keine, ähm, keine weiteren Wortmeldungen. Das ist ja schon fast verwunderlich. Aber vielleicht war es auch schon so dicht und so viel, äh, was wir heute jetzt hier schon besprochen haben, dass ich an der Stelle dann, wenn jetzt nicht noch was kommt, äh, auch durchaus sagen würde, dann können wir auch dem Ende der Veranstaltung entgegen gehen. Ah, da kommt doch noch was, ähm, von Angelika Saupe, ja, das finde ich sehr gut, die Debatten da auch in Hinsicht auf die Politik gut auseinander zu halten. Und von Rubi Rebelde, ich möchte anmerken, dass sexarbeitsfeindliche Narrative auf die 1880er zurückgehen und damit ein Kernthema des weißen Feminismus darstellen. Diese Narrative werden teilweise übertragen auf die genderkritische TERF-Strömung. Und diese Kreise radikalisieren sich sehr, äh, gerade sehr, inklusive des Wordings. Der Schlüssel zum Verständnis ist Homiskuität und Anschlussfähigkeiten an Rechtsaußen sind durchaus gegeben. Vielen Dank nochmal für diesen Hinweis und diese Info dazu. Aber es ist keine weitere Frage mehr da. Von daher würde ich dann an dieser Stelle sagen, dann gehen wir, äh, Richtung Ende der Veranstaltung. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Andreas. Es sei denn, du hast jetzt noch einen Punkt, den du, äh, gerne noch ergänzen wollen würdest. Ja, vielleicht ein Punkt. Ähm, und zwar ist das jetzt ja der, ähm, der, so ein Diskursatlas Antifeminismus, aber es gibt ja verschiedene, äh, Diskriminierungsformen, Unterdrückungsformen. Und auch gerade nochmal in Richtung Sexarbeit, da geht's ja auch ganz klar dann auch um Richtung, äh, Arbeiterklasse, um Menschen aus prekären Situationen. Wenn's da dann halt ein Diskursatlas Antiklassismus gäbe und ein Diskursatlas Antirassismus, ne, dann, ähm, würden sich diese ganzen, äh, diese ganzen, ähm, Narrative auch nochmal ganz anders verketten. Ne, da gibt's sehr viel mehr Verkettfung und, ähm, aber das wäre ein Riesenprojekt und, äh, da bin ich noch weit von entfernt, ne. Das heißt, ähm, was wir jetzt hier sehen mit, mit diesem Ding, mit diesen Clustern, das ist natürlich nur ein Ausschnitt und da würden dann halt diese, so was wie Kulturmarxismus und, äh, Umerziehung, die würden dann sehr viel stärker in den Mittelpunkt gerückt werden, äh, von so einer generellen Antidiskriminierungssprache und, und da wär's vielleicht dann auch einfacher, TERFs mit einzubauen, in Hinblick halt auf diese ganz alten Narrative. Ne, aber wie gesagt, das ist momentan alles, äh, ein Versuch, ein Experiment, was, ähm, sehr weit am Anfang noch steht und, äh, Trial, Versuch und Irrtum, äh, so weiter, ähm, genau. Danke. Ja, vielen Dank. Also wichtig ist, glaube ich, äh, im Kopf zu behalten, diese Narrative, diese Signalwörter, die sich da zeigen und gerade, äh, im Vordergrund stehen, ähm, äh, die immer im Hinterkopf zu haben und zu sehen, wer nutzt sie, welche Akteursgruppen nutzen die gerade, mit welchem Interesse und mit welchem politischen Ziel, um da dann auch, äh, gegenzuhalten. Oft werden ja diese Narrative verwendet, um eben als, äh, Brücke in andere ideologische, äh, Felder, äh, zu dienen, um dann die eigenen, zum Beispiel rechts, äh, extremen, äh, Weltanschauungen dann noch weiter, äh, zu verbreiten und auch in die Mitte zu, äh, bringen. Da geht's dann erst in, äh, eigentlich gar nicht in erster Linie um, weiß ich, Frühsexualisierung oder um Geschlecht, sondern es geht darum, äh, äh, völkisches, äh, Gedankengut zum Beispiel dann in die gesellschaftliche Mitte zu bringen. Also diese Narrative haben eine ganz wichtige Funktion. Vielen Dank, Andreas, dass du uns da nochmal einen Einblick gegeben hast, auch, äh, wie die zusammenhängen. Ähm, äh, es gibt das Projekt, das Wikipedia-Projekt, äh, oder Wiki, ein Wiki-Diskursatlas, ähm, der hat, äh, in der Präsentation ist da ja schon so Ausschnitte eingeblendet worden. Das lässt sich finden, ganz leicht im Internet. Da sind auch noch weitere Narrative, das ist ein Projekt, was ja auch weiter betrieben wird, äh, vor allen Dingen von dir, Andreas, und was auch wachsen kann und wo auch, äh, aktuelle Zitate auch, äh, auch eingebracht werden können, um eben diese, ähm, diesen Atlas auch, äh, aktuell zu halten. Also wenn Sie Interesse an sowas haben, äh, äh, dann können Sie gerne auch, äh, mit Andreas Kemper Kontakt aufnehmen oder auch über den Diskursatlas dann da auch nochmal sich einbringen. Ja, so viel, vielen Dank. Ich bedanke mich nochmal auch bei unseren, ähm, Gebärden-Dolmetscherin für die Unterstützung heute. Ich bei der Technik im Hintergrund bei Tini Leonard und Sandra Ho. Und, äh, ja, wünsche Ihnen allen noch einen schönen, äh, ja, Spätnachmittag oder Abend und hoffe, Sie dann, äh, später wieder bei einer anderen Veranstaltung unseres Projektes Antifeminismus begegnen, Demokratie stärken, äh, wieder zu treffen, sich zu beteiligen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie auch gerne sich direkt an unser Verbundprojekt wenden unter dem, äh, ja, unter der E-Mail antifeminismus.böll.de. Äh, da versuchen wir so schnell wie möglich dann auch zu antworten. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis dann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.